Hallo ihr Lieben, ich bin die Beatrix aus Österreich. Ich war heuer im Oktober eine Woche mit meinen zwei Freundinnen Anita und Claudia in Apulien. Solch eine Reise in Zeiten von Corona ist sicher nicht einfach, aber durch die professionelle Hilfe von Massimo, den Eigentümer von Puglia Paradise, war von Anfang an problemlos. Wir haben uns gleich für die Villa Skyler entschieden. Die Villa liegt eingebettet in eine wunderschöne naturbelassene Landschaft mit Blick aufs Meer. Einfach umwerfend ist die Innengestaltung der Räume. Die drei Schlafzimmer, drei Päder, Küche und Wohnzimmer sind sehr geschmackvoll eingelichtert. Der absolute Hingucker war der Außenbereich, das fantastische, am Abend beleuchtende Infinity Pool, die vielen Sitzmöglichkeiten sowie der liebevoll gestaltete Garten. Wir fühlten uns wie im Paradies. Antonella, unsere Concierge, war eine perfekte Gastgeberin. Sie hat uns viele super Ratschläge und Tipps gegeben und war für uns immer erreichbar. Vielen Dank an Massimo und Antonella für die liebevolle, freundliche und professionelle Begleitung unseres Urlaubs. Wir waren absolut begeistert. Wir kommen nächstes Jahr bestimmt wieder. Wir kommen nächsten Mal.